Zweihermannschaftstichtendes Turnier beim C4RM Unteraspach. Kleines schönes Örtchen, Nähe 4 Nürnberg. Kronbeck und Heimort gegen Kammler und Kauten, Tisch 10 und Jagen und Warte gegen Schliff und Hammer, Tisch 10. Tag 1 hier in der Tonhalle des Bonhoeffer Gymnasiums mit der Herren B wie Bertha Klasse und Aufschlag Tobias Riedel 12. Oder eine kleine Weile, vielleicht 13 Jahre ist er alt, im letzten Jahr bayerischer Meister geworden in der Herren D-Klasse. Die Ghidorah im Doppel, im 1.3. Alle Videos zu diesem Turnier auf dem YouTube Tischtennis-Videos-Kanal Reinhard Steinbrecher Unter dem Suchwort Zinner Z-I-N-N-E-R 2018 Z-I-N-E-R 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 5. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 14. 14. Bisschen! Ich habe den Satz nicht gewonnen, aber er hat den Satz gewonnen. Komiker, oder? Okay, also ich film dich dann halt mit jemand anders, hab da kein Problem. Aber es gibt jetzt ein ganz neues Datenschutzgesetz. Und da ist nochmal festgelegt, was bisher schon galt. Sportveranstaltung, kein Recht auf eigene Daten, eigenes Bild.